Geschätzte Anlegerinnen und Anleger, die Börsen sind fulminant ins neue Jahr gestartet. Unsere Anlagenstrategien haben im ersten Quartal Performance Hinses verzeichnet, die man im Normalfall als durchschnittliche Jahresperformance erwarten darf. Besonders gut ist das sichtbar, wenn man sich eine Aktienstrategie anschaut, die per Ende März mit über 12% im Plus ist. Die Anlegerinnen und Anleger dürfen im ersten Quartal zufrieden sein. Wie geht es jetzt weiter? Die Wachstumsverlangsamung für das laufende Jahr ist vom Markt weitestgehend verdaut. Im März hat die US-Notenbank FED klar signalisiert, dass sie mit ihren Zinserhöhungen eine Pause machen werden. In diesem Zusammenhang hat auch die EZB und SNB klar gesagt, ihre Zinsen werden unverändert tief bleiben. Die Zinserhöhungen scheinen von diesem Jahr als Abendessen zu sein. Das unterstützt Aktienkurs, selbst wenn das politische Umfeld und auch der Brexit weiterhin Unsicherheit in den Markt hineinbringt. In diesem Umfeld fokussieren wir uns auf die anständige Wünnberichtssaison. Sollten die Unternehmen uns weiterhin bestätigen, dass ihre Gewinnaussichten von 2019 gültig sind, dann kann man durchaus von einem zweiten oder von einem neuen Goldilocks-Szenario sprechen. Das heisst, wir haben genügend Wachstum, dass die Unternehmensgewünsche brudeln werden, und wir haben zu wenig Wachstum, dass die Zinsen steigen müssten. Von diesem Hintergrund bleiben Aktien unsere präfidierte Anlageklasse, auch wenn wir aufgrund der politischen Unsicherheit mit höheren Kursschwankungen rechnen müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen.